hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video jetzt werden handtücher gewaschen als waschmittel nehme ich habe ich jetzt hier eine kappe lenauer blütentraum und das restliche universal pulver von weißer riesen das sind ca 110 milliliter also eigentlich nicht genug ich hätte jetzt eigentlich so 150 der braucht was ist jetzt ein bisschen stärker verschmutzt also ich halte gerade mit einer hand dieses handy fest so voll ist es so naja von drei personen also hier ist alles drin klappe zu oder also wenn hier die sitzt ganz voll ein ich mach das mal ein bisschen größer naja sieht man hat jetzt fett aus ich wollte es mal schnell wieder klein ähm ups jene 60 grad ja so leute ich habe jetzt noch etwas und jede spüle dabei gegeben und start gefcede viel zuschauen bis zum nächsten Mal 時 70 01